Rund einen Monat nach dem Auftakt der European Pocat Tour 2019 in Sochi steht bereits das nächste Highlight der EPT an. Im glamourösen Monte Carlo steigt vom 25. April bis 4. Mai der zweite Stopp. Insgesamt 41 Events stehen auf dem Turnierplan. Neben dem Main Event zählen auch zahlreiche High-Roller-Turniere an. Dies wird viele der besten Pokerspieler der Welt mit Sicherheit an die Côte d'Azur locken. Nachdem die EPT 2017 kurzzeitig von der Poker Stars Championship ersetzt wurde, feierte sie im vergangenen Jahr ein erfolgreiches Comeback. Highlights der WSOP 2018 im TV auf Sport 1 Die European Poker Tour gehört zu den wichtigsten Poker-Turnier-Serien weltweit. Seit ihrer Einführung im Jahr 2004 erfreut sich die EPT bei den weltbesten Pokerspielern großer Beliebtheit. Das liegt auch daran, dass einige der schönsten Städte Europas für eine außergewöhnliche Atmosphäre sorgen. Nach Sochi und Monte Carlo stehen in diesem Jahr noch die Events in Madrid und Barcelona an. In der Vergangenheit trugen sich mit Steve, Udia, Adrian, Matthäus oder auch Jean-Fruanda einige der bekanntesten Spieler in die Siegerlisten diverser EPT-Main-Events ein. Und natürlich geben sich an den Tischen der EPT auch die großen Namen der deutschen Pokerszene die Ehre. Auf sport1.de-Poker gibt es alle aktuellen News und Hintergründe zur EPT in Monte Carlo. Die wichtigsten Termine im Überblick 25. bis 27. April EPT in El Holdem Single Reentry bei in 10.300 Euro 26. bis 29. April French National Championship bei in 1100 Euro 27. bis 29. April EPT Super High Roller bei in 100.000 Euro 29. April bis 4. Mai EPT Main Event bei in 5.300 Euro Let's block ads! Bis zum nächsten Mal!